Sag's schon. Hallo? Hi Erling. Hier ist Frank. Wie geht's denn so? Bleib gefälligst dran. Hallo, ich hab Durst. Danke gleichfalls. Fein gemacht, Erling. Ganz prima. Komm, gleich nochmal. Ring. Na leg los, Erling. Sag doch irgendwas. Das ist alles so unnatürlich. Da stehst du da mit so einem blöden Plastikteil in der Hand und sollst mit einem reden, den du nicht mal sehen kannst. Gut. Dann wär's wohl am besten, du gehst unter Menschen und redest direkt mit ihnen. Das ist doch wahnwitzig. Da hast du ein schönes Zuhause und sollst draußen rumtanzen. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn mit mir?